Besonders am Apollon-Studien-Service schätze ich, dass sie hier sehr nahe sind, sehr freundlich und familiär. Da fühlt man sich als Mensch wahrgenommen und nicht nur als eine Nummer in einer Vielzahl von Studenten. Dass man immer willkommen ist und dass man offens Ruhr für einen da ist. Sie nehmen sich Zeit und hören uns zu, das ist sehr, sehr wichtig. Auf Mails bekomme ich super schnelle Antworten. Das ist wirklich unvergleichlich gut. Egal, ob es zum Studium-Service ist oder zum Studium selbst ist oder andere Fragen, die versuchen, die wirklich zu beantworten. Und das klappt meistens auch. Der Apollon-Studien-Service ist wirklich in der Lage, sich in alle Probleme hineinzudenken und auch eine Lösung zu finden. Ich musste gesundheitlich meinen Beruf wechseln und die haben dann mit der Rentenkasse super zusammengearbeitet, sodass es mir ermöglicht wurde, das Studium anzufangen. Die geeignete Hochschule, wenn man mehr möchte als erlediglich studieren, weil hier einfach das Gesamtkonzept stimmt. Also für mich persönlich war der Gang an die Apollon-Hochschule ein Glücksgriff. Ich habe mich so gut beruflich weiterentwickeln können. Das individuelle Lernen auf jeden Fall, also dass man wirklich so selbst entscheiden kann, wie man vorankommt. Weil die Hochschule es möglich macht, neben meinem Job zu studieren. Das heißt, egal wie alt ich bin und egal wo oder wie ich arbeite, ich kann das Studium meinem Leben anpassen.